Wir sind so nah am Ende. Ich muss ausmachen. Das wäre schade. Nein, der starb. Oh. Ja, genau. Jetzt geht's. Okay. Fress. Moment. Thanks. Nein, Wasser. Fuck. Kommt den, stopp. Diese Missviecher. Ähm, heiß. Geht ihr auch? Ich bin gefallen. Ja, ja. Moment, ich bin nass. Und ich bin... Ich kotze. Freak. Eisschild schnell. Also diese untoten Magier ist echt los. Okay. Kann mich nicht bewegen. Oh. Okay. Klingt gut. Klingt gut. Ah, der hat wahrscheinlich irgendeine Immunität. Okay. Ja, komm, komm. Stimmt. Schubsen einfach, schubsen einfach, schubsen. Ja, genau. Ja, egal. Tod. Sind ja am Ziel. Jetzt kommt erster Entwurf. Nein, es sind nicht mehr Kraftstrengen, er die verwankt. Der nur der Kampf, ein, nicht nur Minus Turb. Hörnern, ich muss gehen. Hörnern, ich muss gehen. Hörnern, ich muss gehen. Jim. Rauh. Naja, das ist doch. Okay. Einfach draufhalten Macht der überhaupt was? Was sag's? Schuss. Schuss, schuss, schuss. Wow. Okay. Okay, aber das ist dann jetzt der letzte Versuch. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Das müsste aber einfach gehen. Ihr macht einfach Feuerresistenz am Anfang und einfach spamt, was ihr könnt. Jawohl. So ein... Wazit. Hey! Erlebnis. Hey. Ja, kann sie noch? Nein. Okay, doch nicht. Hey. Ja. 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 Ich bin dabei. Bei mir leckt ihr egal. Bei mir seid ihr egal gar nicht da. Ich seid bei mir tot. Ich bin wieder tot. Okay. Brett. Ja, Moment. So. Oh, jetzt seid ihr bei mir wohl da. Ich mach doch ganze Zunichtung, ey. Und jetzt? Ich kann einfach Zunichtung in die Kraft dabei bezaubern. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Scheinbar. Da. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Egal, Sieg! Rückkehr nach Schloss Alderheim. Und wer ist jetzt Asatür? Der geheimnisvolle Hilfe dessen Namen wir nicht kennen. Okay. Ah, jetzt mal hoch. Das ist der Klärer von der Torrapporte. Das ist die Klärer von der Torrapporte. Das ist die Klärer von der Torrapporte. Und die Klärer von der Torrapporte. Und die Klärer von der Torrapporte. Weit voraus. Und deswegen ist der Typ auch runtergefallen. Das ist die Klärer von der Torrapporte, Das ist ja auch das heller Neuk perfect. Mit der Kühne vor Ort, die Krärer von der Torrapporte. Wir werden, die Krärer von der Torrapporte verbinden. Hier ist der Krärer von der Torrapporte. Wir werden zurückgefahren die Krärer von der Torrapporte zur Kurve. auswählen alles klar 140 Kilometer pro Stunde hier ist noch kein DeLorean und äh ja ich bin eigentlich noch nicht tot nicht mehr meinst du ja also bei mir bin ich nicht existent, was auch immer ich kann dich nicht wiederbeleben ich auch nicht so jetzt gucken wir aber noch mal kurz was denn dieses geheimnisvoll Buch ist, das hier irgendwo rumliegen muss Mist das ist Teleport Blitzer kann blitzen oh, oh, ok äh, Moment, das ist ah, das geht auf dem Mauszeiger wow, OP komm, mach nach rechts, ganz weit nach rechts Teleport noch weiter ja schade, ich dachte ok, gut ah, jetzt geht's ja, ok ja dann, äh ja dann, äh ha 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 verabziehen wir uns damit vor und wir teleportieren uns auch raus ja, ich glaub dafür muss ich mir ein Bot schreiben ja, ich glaub dafür muss ich mir ein Bot schreiben ähm warte ja, wir können ja schon mal aufhören, weil das passiert was auch gehört nein, noch nicht wirst du es wohl noch sehen, oder wie? ja, doch ich mein, das sind erst 8 Minuten ok das ist diese zweite Aufnahme ja passt's ja ich geh jetzt raus dann tue das, und wer zu sehen will, kann zu sehen und wer nicht zu sehen will, kann abschalten so funktioniert ein Display nicht aber ok A ist A war's, oder? A ist A, hm mhm gut, dann verabschiede ich mich auf jeden Fall schonmal und, äh ja haut rein ja, ja ok und hier Spaß auf der Fußbuss ja auch danke bis dann nachher tschau so bin da jo bist du wohl wiederbeleben mal könnte ich du wirst es sehen stimmt oh Gott jetzt bin ich mal gespannt ist zu viel, ne? naja, das ist zu schnell warte, langsamer machen geht ganz schnell hm machen wir's mal zehnmal in der Sekunde dürfte eigentlich reichen ach, das haben wir auch noch was haben wir denn noch? eine Zeitzerrung ok so so jo bin wieder da ok 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 ne, der kommt da irgendwie durcheinander ne, der kommt da irgendwie durcheinander beim ersten mal geht's noch, aber dann kommt er durcheinander als Magiker einfach zu langsam das war ich nicht, nein nein hm, was? du du nicht, ne? hm hm, dreimal in der Sekunde warum bin ich immer noch verwirrt? hm pö hm ehm naja, gut jetzt muss noch schneller gehen muß noch schneller gehen Aber ja, ich glaube, wir könnten dann aufhören. Was? Oder hast du schon aufgehört, Aufnahmen? Noch nicht, nein. Die armen Zuschauer. Müssen sich's ja nicht ansehen, wenn sie einen Spaß dran haben. Ich hab ankündigt, jetzt kommt nur noch Bödelei und du und dein Makro und dann war's das. Nee, das ist einfach zu schnell. Ja, das ist jetzt wieder so ne Rumspielerei. Slow-Motion Blizzard. Slow-Motion Blizzard. Und das ist das, dass die folds-Motion Blizzard. Das ist jetzt die Macht. Jetzt bin ich noch ein bisschen dran. Und ich bin noch ein bisschen dran. Und ich bin noch ein bisschen dran. Jetzt bin ich hier dran. Was ist denn jetzt? Oh, das ist ja verrückt. Und ich bin noch ein bisschen dran. Weil es also schon so vorhanden war Und einfach um was zu tun Ja, ich glaube das ist somit das schnellste was ich Ich habe mir allerdings ob hier oben noch irgendwas gesagt ist Nichts als Spam Du in der Backe-Door Ich glaube sie war aus Nur mit der Dörbord, ihr lammt die Seite Ein Stahl? Warte, warte, warte Nein, erst die alten Leute hier oben Ja, ihre Mäder zu mir, gut ja Man Will mein Stab Lass die alten Leute erstmal ausreden Die reden so alt So, jetzt darfst du Stab des Weisen Weisens Des Weisen Weisen Angst einflößendes Licht Weisser Weise Einfach riesig gegen Korruption Geil Dann ist nichts mehr Ne Kann man die Tür da hinten auch eintreten? Bezweifle ich Sehr, sehr verschlossen Okay Joa Sonst haben wir noch ein paar Pilze Und Alte Leute Runterschmeißen kann man dich auch nicht Mann Tja Aber ja, ist schon praktisch, ne? Mhm Kommen wir da wieder hoch? Nicht aus der Sicht Schade Schade Ich hab nur runter, nicht hoch Schade eigentlich, ja Gut Aber das reicht dann auch Denk ich mal, oder Haben wir noch irgendwas anderes? Ja Gut dann, bis auf ein neues Joa, servus 1 1 3 1 4 3 4 5 1 3